Südwestkirchhof der Berliner Stadtsynode in Starnsdorf oder kurz Südwestkirchhof Starnsdorf sind die Bezeichnungen für den im Jahr 1909 angelegten Friedhof der Evangelischen Kirchengemeinden des Berliner Stadtsynodalwehrbandes. Der Friedhof liegt südwestlich von Berlin außerhalb der Stadtgrenzen, auf dem Gebiet der brandenburgischen Gemeinde Starnsdorf und ist mit einer Gesamtfläche von rund 206 Hektar einer der größten Friedhöfe europaweit. Sowie nach dem Hauptfriedhof Hohlsdorf in Hamburg Deutschlands zweitgrößter Friedhof. Aufgrund seines Waldcharakters sowie der Vielzahl historisch wertvoller Grabmäler und anderer Bauwerke steht die Begräbnisstätte in der brandenburgischen Denkmalliste und stellt eine der wichtigsten Park- und Landschaftsdenkmäler im Berliner Großraum dar. Geschichte In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeichnete sich in den innenstadtnahen Bereichen Berlins aufgrund des gewaltigen Bevölkerungswachstums der Stadt eine Verknappung der verfügbaren Begräbnisplätze ab. Infolgedessen entstanden Planungen für mehrere große ausbaufähige Friedhöfe im Berliner Umland. Für deren Anlage erwarb der Berliner Stadt Synodalwerband Kirchengemeinden der Evangelischen Landeskirche der älteren Provinzen Preußens in Berlin und Umland umfassend. Schließlich um die Jahrhundertwende drei große Grundstücke außerhalb der Stadt. Darunter war auch eine damals rund 156 Hektar große, zum Teil mit Kiefernwald bewachsene Ackerfläche im südwestlichen Berliner Umland. Zwischen den Wäldern der Parforseide im Norden und im Westen, der Neuen Potsdamer Landstraße im Süden und der Gemeinde Starnsdorf im Osten. Der dort geplante Großfriedhof sollte dazu beitragen, das Bestattungsproblem der Evangelischen Kirchengemeinden Berlins zu lösen. Für die Anlage des Friedhofs wurde im September 1907 ein Gestaltungswettbewerb ausgeschrieben. Aus dem das Gemeinschaftsprojekt des Stadtobergärtners Richard Thieme und des Wilmersdorfer Stadtbauinspektors Paulnitze als Sieger hervorging. Letztendlich war der Synodalverband jedoch mit keinem der fünf preisgekrönten Entwürfe zufrieden und übertrug schließlich dem Garteningenieur der Berliner Stadtsynode Luis Mayer die Ausarbeitung neuer Pläne unter Berücksichtigung der Wettbewerbsideen. Seine Planung war auf ein naturromantisches Erscheinungsbild ausgerichtet, mit großem persönlichem Engagement setzte sich Mayer auch nach der Eröffnung der Anlage mehrere Jahrzehnte hindurch für den weiteren Ausbau des Waldfriedhofs ein. Der neu entstandene Friedhof war waldähnlich und naturnah und einer der ersten seiner Art in Deutschland. Die großzügige und naturbelassene Gestaltung, die ein Zeichen in der Bestattungskultur gesetzt hatte, war auch in der fortschreitenden Industrialisierung und der zunehmenden Überbevölkerung der Großstädte begründet. Während so 1908 der Ostkirchhof Ahrensfelde und 1909 der Südwestkirchhof entstanden, wurde die Anlage des Nordkirchhofs in Mühlenbeck nie realisiert. Der neu entstehende Friedhof war nicht nach durchnummerierten Feldern geordnet, wie es sonst hüblich war. Die sogenannten Bestattungsblocks waren jeweils einer der Kirchengemeinden im Einzugsgebiet zugeordnet, die zur Stadtsynode gehörte. Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen wurden der Block Schöneberg und der Block Charlottenburg für Bestattungen Verstorbener aus den damaligen Stadtkreisen Charlottenburg und Schöneberg eingerichtet. Der 1923 entstandene schwedische Friedhof der schwedischen Viktoria-Gemeinde Berlins wurde überwiegend zur Grablege schwedischer Diplomaten. Die Eröffnung des neuen Friedhofes erfolgte am 28. März 1909. Wenige Tage später wurde hier die erste Beerdigung durchgeführt. Angrenzend an den Südwestkirchhof wurden 1909 westlich der Friedenauer Waldfriedhof und 1920 nördlich der städtische Wilmersdorfer Waldfriedhof. Stansdorf. Beides kommunale und damit religiös ungebundene Großfriedhöfe. Aufgrund der großen Entfernung des neuen Großstadtfriedhofs von Teilen seines Einzugsgebietes wurde eine neue Infrastruktur geschaffen. Mit einem größtenteils von der Stadtsynode getragenen Kostenaufwand von 2,5 Millionen Mark wurde eines Bahnanschluss direkt bis zum Friedhof geschaffen. Es wurde vom Bahnhof Wannsee bis zum Südwestkirchhof eine 4,4 Kilometer lange eingleisige Stichlinie durch die Parforsheide errichtet. Die sogenannte Friedhofsbahn im Volksmund wurde sie damals als Leichen- oder Witwenbahn bezeichnet. Sie wurde am 2. Juni 1913 in Betrieb genommen und war durch spezielle Waggons und besondere Bahnhöfe in Hallensee und Stansdorf neben der Beförderung der Angehörigen und Friedhofsbesucher auch auf den Transport der Särge eingerichtet. Die 1928 elektrifizierte Friedhofsbahn einschließlich eines eigens errichteten Bahnhofsgebäudes auf dem Vorplatz des Kirchhofs war bis zum Mauerbau. 1961 in Betrieb. Die hölzerne Friedhofskapell nach dem Vorbild norwegischer Stabkirchen wurde 1908 bis 1911 durch den Kirchenarchitekten Gustav Werner errichtet. Bekanntes Vorbild ist die Kirche Wann im Riesengebirge. Die hölzerne Inneneinrichtung, die sparsame Bemalung, die farbigen Jugendstilglasfenster und die wertvolle Orgel von Wilhelm Sauer sind im Originalzustand erhalten. Der 1859 geborene Gustav Werner wurde 1917 gegenüber seinem Bauwerk am Kapellenvorplatz bestattet. Heute finden in der Kapelle nicht nur Trauerfeiern und Gottesdienste, sondern gelegentlich auch musikalische Veranstaltungen statt. Entwicklung hin zum prominenten Friedhof durch seine attraktive Gestaltung und den S-Bahn-Anschluss gewann der Kirchhof nun zunehmend an Bekanntheit und Bedeutung im damaligen Berliner Bestattungswesen. Allein in den ersten 25 Jahren seines Bestehens nahm der Südwestfriedhof mehr als 35.000 Verstorbene auf. Das war nahezu ein Drittel der bis heute zu verzeichnenden etwa 120.000 Bestattungen. Zwar wurden vorwiegend Verstorbene protestantischen Glaubens beerdigt, doch wurden insbesondere in den für die städtischen Träger angelegten Blocks auch zahlreiche Angehörige anderer Religionsgemeinschaften und Konfessionslose bestattet. Auch für Juden, die ihre Angehörigen sonst meist auf jüdischen Friedhöfen Berlins bestatteten, waren damit Teile des Südwestfriedhofs offen. Schnell entwickelte sich die Anlage auch zu einem Berliner Prominentenfriedhof. Zahlreiche in den 1920er und 1930er Jahren verstorbene berühmte Persönlichkeiten aus Politik, Kultur, Wissenschaft und Technik fanden hier ihre letzte Ruhestätte. Auf dem Friedhof entstanden zahlreiche kunsthistorisch bedeutsame Grabstätten der Sepulchralkultur des frühen 20. Jahrhunderts. Eine der bekanntesten ist die des Kaufmanns und Kunstmetzens Julius Wissinger im Kapellenblock mit dem 1920 von Max Taut und Otto freundlich. Geschaffenen expressionistischen Grabmal, eine auffälligen Arkadenkonstruktion auf acht Eisenbetonpfeilern, zahlreiche Mausoleen und Erbbegräbnisse, die zum Teil von anderen Berliner Friedhöfen hierher überführt wurden, sind auf dem Südwestkirchhof zu sehen. Ein anderes Wahrzeichen des Kirchhofs ist das große Christusdenkmal in der Nähe des Haupteingangs. Ein 1923 hier aufgestelltes Marmorreliefbild von Ludwig Manzel, dessen Grab befindet sich in unmittelbarer Nähe des Denkmals. Nach dem Ersten Weltkrieg erwarben die britische und die italienische Regierung Flächen innerhalb des Südwestkirchhofs, um dort Ehrenfriedhöfe für ihre in deutscher Kriegsgefangenschaft verstorbenen Armeeangehörigen einzurichten. Die beiden jeweils etwa einen Hektar großen Soldatenfriedhöfe sind bis heute erhalten. Sie werden als Kriegsgräber heute vom Land Berlin betreut. Der britisches Outwestern-Semeteri nahm insgesamt 1172 und der italienische rund 1650 Soldaten und Offiziere auf. Auf dem Südwestfriedhof wurde ein Denkmal für die im Ersten Weltkrieg gefallenen deutschen Soldaten errichtet. Von der durch den Generalbauinspektor Albert Speer geplanten Umgestaltung Berlins zur Welthauptstadt Germania war nicht nur die lebende Bevölkerung betroffen. Der Südwestkirchhof in Starnsdorf verdankt seine heutige Ausdehnung nicht zuletzt der Tatsache, dass die Schöneberger Friedhöfe alter St. Matthäus Kirchhof neuer 12 Apostelkirchhof, Friedhof Schönebergi und Friedhof Schönebergi V teilweise der geplanten Nord-Südachse im Weglagen bzw. den Bau neuer Gleisanlagen rund um den ebenfalls geplanten großen Südbahnhof behinderten. Diese Umstände führten zur Schließung und größtenteils auch Räumung der betroffenen Friedhöfe Ende der 1930er Jahre. Infolgedessen wurden bis 1940 rund 15.000 Grabstätten von diesen Friedhöfen nach Starnsdorf umgebettet. Unter ihnen auch etliche Gräber bekannter Personen wie die des Architekten Walter Gropius, Vater des Bauhausgründers Walter Gropius oder des Verlegers Gustav Langenscheid. Etwa 120 teils repräsentative Familiengrabstätten befinden sich in einem seiner Zeit speziell hierfür hergerichteten Gräberfeld, dem Block alter Umbettung an der nördlichen Grenze des Kirchhofs zur alten Potsdamer Landstraße. Für den Großteil der umgebeteeten Gräber von den Schöneberger Friedhöfen wurde der Block Neue Umbettung im südlichen Teil des Südwestkirchhofs angelegt. Die Gebeine von ca. 2000 nicht mehr identifizierbaren Toten aus aufgelassenen Gräbern oder solchen mit abgelaufener Ruhefrist wurden in diesem Bereich in zweisame Gräbern bestattet. Eine weitere Umbettungsaktion erfolgte im Jahr 1949 aus der Ruine der am 23. November 1943 bei Luftangriffen zerstörten Garnisonkirche in Berlin-Mitte. Die unzerstörten Grüfte, in denen zwischen 1722 und 1830 unter anderem 15 Feldmarschelle und etwa 50 preußische Generäle bestattet wurden, waren mehrfach aufgebrochen und geplündert worden. Auf Veranlassung der sowjetischen Militäradministration fasste man die verbliebenen Überreste der Toten aus 199 bis dahin noch vorhandenen Särgen in 47 Särge zusammen. Überführte sie auf den Südwestkirchhof und bestattete sie dort in einem Gemeinschaftsgrab nahe der Kapelle. Ende 2008 wurden in diesem Gemeinschaftsgrab die Überreste von weiteren gut 300 Toten beigesetzt, die ab dem Jahr 2004 bei Bauarbeiten auf dem Gelände des ehemaligen Gemeinenfriedhofs des alten Garnisonfriedhofs in Berlin-Mitte durch Archäologen geborgen worden waren. In den letzten Kriegstagen des Zweiten Weltkrieges wurde die S-Bahnbrücke der Friedhofsbahn über den Teltowkanal nördlich des Südwestkirchhofs von Soldaten der Wehrmacht gesprengt. Der Zugverkehr war unterbrochen, der Wiederaufbau der Bahnverbindung erfolgte erst drei Jahre später. Ab 1949 lag der Friedhof infolge der Teilung Deutschlands auf dem Gebiet der DDR. Nach den Ereignissen vom 17. Juni 1953 war es Besuchern aus West-Berlin nur noch mit einem besonderen Passierschein möglich, den Südwestfriedhof und den Wilmersdorfer Waldfriedhof zu besuchen. Die endgültige Isolation des Kirchhofs wurde mit dem Mauerbau am 13. August 1961 besiegelt. Der Betrieb der Friedhofsbahn wurde von da an endgültig eingestellt. Die Gleise wurden abgebaut, das ehemalige Bahnhofsgebäude verfiel mit der Zeit und wurde schließlich 1976 gesprengt. Wenn gleich der Friedhof zu DDR-Zeiten weiterhin für Bestattungen geöffnet war, verlor er seine vorherige Bedeutung als großstädtische, zentrale Begräbnisstätte, da er von seinem ursprünglichen Einzugsgebiet, das nunmehr zu West-Berlin gehörte, endgültig abgeschnitten war. Auch wenn der Kirchhof im Jahr 1982 unter Denkmalschutz gestellt wurde, blieben viele, auch kunsthistorisch wertvolle, Grabmäler ihrem natürlichen Verfall überlassen. Nach der Wende ging der Südwestkirchhof wieder in kirchliche Verwaltung über. Seine heutige Trägerin ist die Evangelische Kirche. Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Die ursprüngliche herausragende Rolle im Bestattungswesen der deutschen Hauptstadt konnte der Südwestkirchhof zunächst allerdings nicht wieder. Erlangen, nur noch etwa 80 Beisetzungen wurden hier in den 1990er Jahren vorgenommen. Dieser Umstand ließ sich nicht zuletzt darauf zurückführen, dass der S-Bahn-Anschluss des weit abgelegenen Areals nicht wieder errichtet wurde. Aber auch auf den allgemein stark zurückgegangenen Begräbnisplatz bedarf in Deutschland infolge des zunehmenden Anteils anonymer Bestattungen sowie der abnehmenden Sterblichkeit. In den letzten Jahren wurde auf dem Südwestkirchhof mit dem Urnenbaumgrab auf einem hierfür bestimmten bewaldeten Grabfeld eine neue Form der Bestattung ermöglicht, die sonst nur von den sogenannten Friedwäldern angeboten wird. Durch die Attraktivität dieser Bestattungsform und die allgemein gewachsene Aufmerksamkeit, die dem Südwestkirchhof in den Medien zuteil wurde, ist die Zahl der Bestattungen wieder auf etwa 1.000 gestiegen. Eine weitaus größere Bedeutung als die einer reinen Begräbnisstätte kommt dem Südwestkirchhof allerdings als historischer Friedhof und große Denkmalanlage zu. Auch wenn bis heute, nicht zuletzt mangels finanzieller Mittel, bei weitem nicht alle bedeutenden Denkmäler restauriert werden konnten. Seit 2000 bemüht sich der Förderverein Südwestkirchhof Starnsdorf e. V. um den Erhalt und die Pflege schutzwürdiger Denkmäler auf dem Friedhof und bietet regelmäßige Führungen und Gedenkveranstaltungen zu hier bestatteten Personen an. Auch die im Sommer 2003 durchgeführte Lange Nacht auf dem Südwestkirchhof wurde vom Förderverein veranstaltet. Natur. Nicht nur die architektonisch besonders markanten Grabmäler sowie Begräbnisplätze berühmter Personen machen den Kirchhof sehenswert, auch. Landschaftlich zählt die Starnsdorfer Nekropole zu den attraktivsten ihrer Art nicht nur im Berliner Raum, sondern auch in ganz Deutschland. Bedingt auch durch die sehr geringe Nutzung des Friedhofs in den Zeiten der deutschen Teilung sind viele Grabfelder so dicht mit Wald und Gebüsch zugewachsen, dass große Teile des Friedhofs auf den ersten Blick kaum von einem gewöhnlichen Wald zu unterscheiden sind, lediglich Alte. Von Wild wuchs umgebende Grabsteine und verwitterte Kreuze erinnern an die alten Blütezeiten dieser Nekropole. Auch einer artenreichen Fauna mit zum Teil bedrohten Tieren wird hier Lebensraum geboten. Zu nennen sind beispielsweise über 40 Brotvogelarten, darunter Schwarzspecht, Mäusebusart und Waldkauz, ferner Säugetiere wie Dachse, Wildschweine, Rehe und Füchse sowie 211 Schmetterlings und 310 holzbewohnende Insektenarten. Auch vier Arten Fledermäuse leben auf dem Friedhof, vornehmlich in alten Mausoleen und grüften. Die Wildschweine haben sich in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend zu einer Plage entwickelt. Ganze Wildschweinrotten verwüsteten bereits mehrfach große Abschnitte des Friedhofs, wie beispielsweise im Spätsommer des Jahres 2007, als sie auf einem Feld mit 1070 Kriegsgräbern den gesamten Rasen aufwühlten. Das Kriegsgräberfeld wird vom Berliner Senat unterhalten, der für die Wiederherstellung etwa 4000 Euro aufbringen musste. Außerdem haben wiederholt unbekannte Einzäunungen der Anlage beschädigt, so dass aus den umliegenden Wäldern weitere Tiere Einlass fanden. Mittlerweile kommen die Wildtiere regelmäßig, weswegen seit 1993 regelmäßige Wildschweinjagden auf dem Kirchhofgelände stattfinden. Viele Tiere wurden so schon zur Strecke gebracht. Ansitzrückjagden werden wohl auch weiterhin notwendig sein. Zeitungen, der RBB und das regionale Kabelfernsehen Teltowkanal berichteten mehrfach darüber. Die Kirchenverwaltung sieht den eher wachsenden Bestand der Wildschweine auf dem Friedhofsgelände als Problem. Zusätzliche Jagdaufträge mit Sondergenehmigungen über das Winterhalbjahr und die zu Beginn des Jahres 2009 vorgenommene Verstärkung des Zaunes führten zu keiner Verbesserung. Nach erfolgreicher Bestandsreduzierung im Jahr 2012 wuchs der Wildbestand erneut. Ab 24. Juli 2013 bis Ende März 2014 wurde daher die Jagd außerhalb der Besuchszeiten zugelassen. Das Areal des Kirchhofs umfasst mittlerweile rund 200.000 Bäume und unzählige seltene Gräser, Büsche oder Blumen. Der Potsdamer Förderverein Südwestkirchhof Starnsdorf führt auf dem Friedhof nach Voranmeldungen auch Führungen durch. Bei denen außer der Geschichte der Bestattungsanlage die Grabstätten sowie die Fauna und Flora vorgestellt werden. Besonders zu nennen sind hier die Angebote Jahreszeitengarten mit Tipps zur Grabgestaltung und Pflege, Heilkräuter oder ganze Projekttage für Schulklassen, Liste der Gräberfelder. Die Gräberfelder der einzelnen Kirchengemeinden heißen Blocks. Neben den Blocks der Kirchengemeinden gibt es noch besondere, später entstandene Blocks, zum Beispiel für Kriegsgräber und Umbettungen. Inzwischen sind viele der hier aufgeführten Kirchengemeinden mit Nachbargemeinden unter neuen Namen fusioniert. Block Alte Umbettung Evangelische Kirchengemeinde der St. Matthäe Kirche, Berlin Tiergarten, Gräber, die von ihrem alten Friedhof hierher umgebettet wurden. Block Charlottenburg, Gräberfeld für verstorbene Charlottenbürger gleich welchen Bekenntnisses oder auch ohne Religionszugehörigkeit. Block Epiphanien, Evangelische Kirchengemeinde der Epiphanienkirche, Westend. Block Erlöser, Evangelische Kirchengemeinde der Erlöserkirche, Moabit. Garnisongrab, Umbettung aus den Grüften der Berliner Garnisonkirche und von aufgelassenen Teilen des alten Garnisonfriedhofs in Berlin-Mitte. Block Grunewald, für Verstorbene aus Grunewald ausgewiesen, aber nur mit zwei Gräbern belegt. Block Gustav Adolf, Evangelische Kirchengemeinde der Gustav Adolf Kirche, Charlottenburg Nord. Block Heiliggeist, Evangelische Kirchengemeinde der Heiligen Geistkirche, Moabit. Heldenblock, Kriegsgräber deutscher Soldaten aus der Zeit des I. Weltkriegs, italienischer Soldatenfriedhof, Gräber von 1650 italienischen Soldaten aus der Zeit des I. Weltkriegs, englischer Soldatenfriedhof, Gräber von 1172 britischen Soldaten aus der Zeit des I. Weltkriegs, Kapellenblock, eine freigehaltene Sichtachse vor der Friedhofskapelle mit nur wenigen Gräbern. Block Lietzensee, Evangelische Kirchengemeinde der Kirche am Lietzensee, Witzleben. Block Nathenil, Evangelische Kirchengemeinde der Nathenil Kirche in der Siedlung am Grazer Damm, Schöneberg. Neue Umbettung, bei der Räumung von Schöneberger Friedhöfen wurden Verstorbene hierher umgebettet. Block Neuer Ehrenhain, Block Reformation, Evangelische Kirchengemeinde der Reformationskirche, Moabit. Block Schöneberg, Gräberfeld für Verstorbene Schöneberger gleich welchen Bekenntnisses oder auch ohne Religionszugehörigkeit. Block Schöneberg 2, Gräberfeld für Verstorbene Schöneberger gleich welchen Bekenntnisses oder auch ohne Religionszugehörigkeit. Schwedischer Friedhof, Lutherische Schwedische Viktoria Gemeinde Berlin mit Kirche in Wilmersdorf. Schwesternblock, Block Starnsdorf, Gräberfeld für Verstorbene Starnsdorfer gleich welchen Bekenntnisses oder ohne Religionszugehörigkeit. Block Trinitatis, Evangelische Kirchengemeinde der Trinitatis Kirche, Charlottenburg. Block Urnengemeinschaft, Block Urnenhain E, Block Urnenhain 2, Block Urnenhain 3.